and you say i will be the one to let this go crystal hat nämlich wieder mit so 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 gut machen wieder aus wir facken haben wir noch 39 bis jetzt erhalten wir uns noch gut ich hoffe das bleibt doch noch so noch ein saphir hier sind sehr viele saphire merke ich gerade das war nichts darum ist auch nichts hier wird nichts mehr kommen wahrscheinlich da ist auch nichts mehr groß sehr gut dass sie jetzt auf der seite sind so das heißt einmal wasser marsch nach unten hier die facke nehmen wir natürlich mit einfach hier hin klar nehme ich natürlich mit hier unten ist auch noch mal da schon mal licht da licht ich hoffe wir kommen jetzt sagen wir mal hier irgendwo zum ergebnis ich glaube ich hab da unten ist doch keine kiste manch immer wenn ich denke da ist eine kiste nein das ist nur so ein krug heute haben wir kein so großes glück hier ich sehe nichts mehr nichts so bisschen mehr licht da hinten ist luft ja machen sie dahin gut hier ist auch nichts wollen die uns heute verkackern hier die wollen uns heute nichts finden lassen ja die wollen es hier auf trockenem eis liegen lassen dort sprachen wir hier nicht sind die trüben sich wieder hat was mal wo vielleicht was sein könnte ich mache mir mal hier an und dann gehe ich hier so gerade durch ja wie gesagt ich kann jetzt erstmal nur graben 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 bis ich mal endlich was finde hier da oben könnte was sein ach ne auch bloß so ein mini ding schade so also ihr merkt schon das ist ein bisschen doof jetzt gemacht dass wir halt nix finden da oben mal die fackel mit können wir die hier oben rein hängen so also ich komme auch nie wirklich zum thema zu sprechen merke ich auch immer wieder hm müsste ich mal ein bisschen ändern also hier in der nähe musste irgendwas sein so weiter komme ich nicht noch einmal hier oben rein hm laut dem ding müsste hier was sein da ist eine slush da unten ja das sieht vernünftig aus gehen wir mal hier runter da bams so so hm aber hier ist auch nichts vernünftiges ich gehe mal dem slush hinterher beziehungsweise in den erzen so aber hier ist auch nichts groß da oben könnte was sein oder da oben leuchtet was hm oder wir gehen noch tiefer ah hier drüben ist was scheint was größeres zu sein hier ich werde gleich ein bisschen bomben so wieviel haben wir oh das fünf weitere so na klasse so eine weitere daran so können wir ja schnell mal abbauen hier so ich mach mal schnell mal hier eine fackel ran so kommen wir nach oben man braucht nur geld das heißt noch einmal daran ah perfekt jetzt fehlt nur noch eine dann müsste das wasser nachkommen oh oh ich zu viel wasser zwei fackeln hat es entschärft so einmal torsches her und da bams so hier haben wir noch eine falle die nehmen wir mit sonst ist gleich ein piranha oh das sieht schön groß aus da oben ich mach mal wieder interface weg beziehungsweise menü mein inventar jeder wie es will puh ihr merkt schon wieder ich bin etwas leiser geworden weil ich mich hier ein bisschen konzentriere weil ich auch in die dunklen stelle gucke bei mir ist es ja ein tick heller als wie bei euch ich weiß nicht wie ich das ändern könnte aber es ist leider so und manchmal gucke ich denn in die dunklen stellen wo was sein könnte ich gucke auf die karte wo was sein könnte so dass wir auch maximale ausweiter haben deswegen tue ich mich auch meistens ein bisschen mehr konzentrieren da oben könnte eigentlich gut wie nix sein erstmal das wollte ich nicht so viele ärzte mit drin ich lasse die ärzte erstmal noch drin das würde ich später nochmal gebrauchen können suche ja erstmal nur kisten so 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 wasserfall gestoppt oh hier sieht es gut aus hier ist viel leben ups so so bums oh ja das ist schön groß also wenn hier kein keine truen gibt dann will sich auch nicht hallo truen halli hallöchen so 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 keine fackeln mehr oh das wird jetzt nicht gut wir haben alle verbraucht aber dann nehmen wir erstmal die noch mit nein so gehe ich jetzt mal so damit los oh das ist schön riesig hier komm so leider haben wir kein holz mit hm wir haben auch nichts anderes was leuchten könnte vielleicht die sterne aber ich denke mal nicht dass das so wenn wir jetzt keine nacht haben dann ist es unoptimal jetzt gerade huch da war gerade ein grafikfehler ja ich warte mal ganz kurz hier drüben sind fledermäuse die leuchten mir ein bisschen hier aus da ist ein crystal heart was da unten nichts ist auch nur ein krug hier ist ein eisbett da ist ein eisbett und hier ist ein eisbett so gehen wir mal hier hoch also wenn wir wasser sind sind immer erledigt wir gehen jetzt mehr hoch als runter hier mitnehmen da drüben geht es weiter wie es aussieht grauen wir uns mal da drüben hin schade dass man immer so einen Fackelmangel hat hier so ich bin am überlegen ob ich mir einen äh wüstpohle aus äh bottle dass wir auch immer licht haben dass das halt nicht immer so schwer ist mit den Fackeln weil das ist ja doch irgendwo oh wo haben wir die Fackeln her zwei Fackeln haben wir jetzt noch so ich gehe hier einfach mal durch hoffe ich so dass wir mal was finden und so erkunden wir auch gleichzeitig die karte etwas davor schon eine normale machen wir mal schnell so verlegt haben beim bauen ich werde jetzt erstmal da drüben war ich schon dann mache ich hier mal einen kleinen Geheimgang stört denn nirgendswo so dann muss ich mir gleich mal die Fackel wiederholen so so Fackel hier ran Fackel mitnehmen mit Fackel laufen so weg da so mal sehen ob wir hier noch ein paar Fackeln haben jetzt weg damit nein hier drüben ist wieder wat also das ist ziemlich weitläufig aber wir finden nicht mal der Wasserschest das ist ja ganz komisch so fuck ich nehme mir Vorsicht mit ja das ist klasse gewesen ja aber nur ein Crystal Heart ich will keine Crystal Hearts ich will Chess oh 5 Torches sehr gut und lass ich die immer da hängen so ähm ja sieht nicht gut aus gerade für uns könnte ja noch wie fahren wir 26 gut dann packe ich mal so dann mache ich das jetzt erstmal ey da unten war was ist das so stark ne ja 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 und nachher eine brauche also oh auch noch eine Fackel mit angebaut wir verkennen haben wir noch vier normale ach ist hier drüben Ende oder wie jetzt gucke ich mal ja ne könnt doch gar nicht wohl kommt drauf an wie sich das äh Eisgebiet verläuft ouch da waren nur Leben drinne wie machen wir das jetzt drüben hier nochmal lang gehen ich verbrate jetzt erstmal meine ganzen Bomben ansonsten wenn wir jetzt wirklich nichts mehr finden äh gehe ich auch wieder fredermaus ist auch weg haben wir wieder crystal heart aber immer noch keine chest das ist mich echt ein bisschen traurig macht echt etwas mies gerade dass wir wirklich nichts finden hier unten geht es großartig weiter wieder drei torches da ist nun sowas drei torches haben wir noch das merke ich mir mal da unten auch so gehen wir mal nach oben hier ging es ja auch nochmal lang ich würde nur eine kiste mir würde eine kiste reichen mit dem Extractinator aber es kommt leider keine egal wo wir sind na gut gehen wir mal hier rüber pläder maus bombs so eine sticky bombe haben wir noch so wohl wie viel haben wir wieder machen wir uns nochmal drei sticky bomben eine zwei da kommen sie schon ups eine fackel haben wir denn oh da hinten hat sie die fackeln schärft wo ist er da ist er sehr gut fackeln jetzt verschwinden äh wäre doof so rühre ich mir mal die wieder zurück weg ja jetzt komm ja jetzt komm ah gut aber wir haben auch bis jetzt nix spezielles bekommen oder so von monstern sehe ich grad das ist ja auch doof ist ja auch doof ups so auch wieder fünf torches dann kann ich die da unten erst mal lassen so da sehe ich auch nix könnte sieht schon fast so aus als wenn wir uns hier runter gebombt haben hier ist auch nichts hier ist auch nichts ist nur sowas da ist es so dunkel so ich bin gerade echt aufgeschmissen nicht zu finden ist echt deprimierend ich glaube ich nenne die folgen äh unglück in höhlen ich weiß nicht wie sie sie nennen soll hier aber das kann doch nicht sein so viel pech können wir doch nicht haben mir würde eine chester reichen mit dem extraktinator dann wäre ich erstmal happy jetzt gehen wir es mal hier hoch machen wir licht oh nein so bombs was hier ist nix ich will mal wieder meine fackel rum holen erstmal tun wir den aber killen die droppen auch ehrlich gesagt nix hier das ist ja abartig drüben könnten wir nochmal hin 3 3 2 3 und dann den geweg hm aber ansonsten weiß ich echt nicht wie wir hier weitermachen sollen ne fuck das weg na gut wir können uns hier kurz mal runter bomben bomben ok noch eine und na das war falsche taste so so nix ich bin noch ein bisschen angespannt gerade dass ich nix finde ist natürlich doof kann das auch nicht irgendwie überbrücken oder so ich ja wieder keine fuck nicht mal ein cave oder so ist hier zu sehen das ist ja die komische das finde ich immer was aber jetzt das ist mein letzter vergnicht ja hoch damit so ich tue mal hier unten hin packen damit ich hier durchkomme mal 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 Vielen Dank.